Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, mir Let's Playen oder ich Let's Playere hier für Infamous Second Suns. Ja, wir sind gerade in Seattle angekommen und haben auch schon so ein bisschen was zerstört und schon Kontakt zu den D.O.B. gehabt und noch wieder ein paar neue Kräfte bekommen in der letzten Folge und ohne lange zu reden, machen wir weiter. Wobei, ich möchte eins nochmal von vorne weg sagen, ich spiele das Spiel natürlich so wie ich es gerne spiele, das heißt ich werde wirklich Viertel für Viertel befreien. Das wird zwar eine Weile dauern, aber da muss man echt viel machen, aber wem das nicht gefällt, der kann natürlich vorspulen. Ich werde natürlich immer vorher sagen, wenn ich in einer Folge nur Nebenmissionen mache oder nur Sachen wie zum Beispiel sowas hier. Ich meine, das wird für die meisten nicht interessant sein, wie ich 20.000 von diesen Dingern zerstöre. Na gut, so viel sind es nicht, aber Queen Anne, 89% Aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwas, was ich machen soll, schreibt es ruhig in die Kommentare und dann schauen wir mal, ob es sich mit einbinden lässt. Ich bin natürlich auch für Vorschläge offen. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon komplett in einem Let's Play gesehen. Ich glaube, es war komplett. Und da hat der, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube, der Sarazar oder der Kronkh, der hat dann wirklich alle diese Dinger hier zerstört, diese D.O.B. Dinger. Das ging folgenlang, also das werde ich natürlich nicht machen. Ich werde natürlich nur zusehen, was ist da unten? Ein gelbes? Oh, also, oh mein. Erwischt. Da liegt einer. Liegen die einfach so auf der Straße rum. Gut. Was haben wir da? Nein, nein, warte, ich komme in Frieden. Da liegt auch wieder einer. Das Aufheben von diesen Passanten hilft natürlich unwahrscheinlich bei der Karma-Stufe. Ich kann nur mal kurz den Timer einschalten. Ich habe den vergessen einzuschalten. Da hinten haben wir noch irgendwas. Das hilft natürlich ungemein. Warum das so wichtig ist, werdet ihr dann am Ende sehen. Das möchte ich jetzt noch nicht vorne wegnehmen. Was haben wir denn da unten? Ah, Gefangene. Natürlich. Danke euch. Und da gibt es noch mehr. Ich glaube, dass da keiner drin war. Zu viel. Ach, hier waren wir schon, oder? Das ist da, wo wir reingekommen sind, oder? Ja. 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 Ist da noch irgendwo was? Ein Kielfisch? So, die haben wir schon geöffnet. Los, Leute, geht nach Hause. Bei dem Wetter. Geht man nicht auf der Straße. So, sag mal. Kann ich irgendwie eigentlich... Gut, wir gucken erst mal in... Ah, so kriegt man die Karte größer. Details. Okay. Wir müssen natürlich immer als erstes diese Kommandozentralen zerstören, um alles andere auch frei zu decken. Gut. Da sehen wir, was wir schon zerstört haben. Oder was noch zu zerstören ist. Eine Scanstation, sechs Überwachungskamera, 13 Scherbendrohnen, ein Geheimagent, eine versteckte Kamera, ein Audioprotokoll und zweimal Sprayen. Und dann, ich denke, wenn man ab einer gewissen Kraft, ab einer gewissen Stufe, kriegt man dann eben diesen Viertelfinalkampf. Gut. Gucken wir uns das Menü mal ein bisschen hier an. Genom, Analyse, Kräfte. Wir haben vier Scherben. Wenn stand da irgendwas mit... Ähm... Ach nee, Entschuldigung, falsche Taste. Oho... Na? Achso, drücken Sie... Oh Gott, ich kann es nicht sehen. Achso, okay. Achso, Entschuldigung. Ähm, sorry, ich konnte gerade nicht lesen, was da stand, was für ein Zeichen das war. Ähm, mit dem linken Stick kann man... Rauch entziehen. Halten Sie die Touchpad-Taste getippt, um Schornsteine kaputten Autos oder Rauch zu entziehen. Ausgeführt, abgibt, erhöht die Rauchgänge um 20%. Oh, das ist immer gut. Rauchsprint haben wir schon. Autotour werden Sie auch verschieben. Das haben wir auch schon. Leistungssprint haben wir auch schon. Die blauen können wir nur, ähm, in der guten Karma-Stufe, die roten nur in der, in der bösen Karma-Stufe machen. Schwefel-Volltreffer, gut gezählte Rauschelassen, Feinde unkontrolliert husten. Husten können mit besiegt werden. Ne, ich will erstmal, ähm, meinen, meinen Rauchenergie-Katapazität erhöhen. P2 haben wir noch. Okay, was machen wir noch? Schnelles Entziehen, Rauch so doppelt so... Okay, das machen wir noch. Ich hab... Das ist natürlich immer schwierig mit diesen Fähigkeits-Dingern. Sprintangriff. Den haben wir auch schon. Stürmen Sie mit einem Sprint auf einen Feind zu und führen Sie ein Recht Nahkampf aus, um ihn wegzufegen. Okay, wupp, wupp. Also zweimal Kreis, okay. Jut. Was haben wir dann noch? Überwachungsziel. Psychologisches Profil. Aktuelles Ziel. Vorstrafung. Garantäneausbruch. Bioterrorismus. Widerstand gegen Staatsgewalt. Verstöße gegen die... Okay. Alles klar. Bekannte Kontakte, Kleidung, okay. Und dann sind wir wieder da. Gut. Dann würde ich sagen... Geht's zurück. Was sagt der Timer? Ja, 8,5 Minuten. Oh, da liegt wieder einer. Du bist nur Axt da. Wer bin ich? Wo sind die Koopies? Gut, das will ich mir aber erst mal von oben anschauen. Das ist bestimmt irgendwo genau da. Wo sind die denn da? Gut. Okay. Okay, bevor wir das Ding angehen... ...hol ich mir noch ein bisschen Rauch. Wie wir sehen, ist unsere Anzeige, unsere Rauchanzeige jetzt... ...dezent gestiegen. Aber sie hat sich dezent vergrößert. Ich würde sagen, fast verdoppelt. Hey, verdammt, Mann! Ihr seid dazu da, sie vor mir zu beschützen! Das Ding ist, dass sie so ne Scans-Station haben. Oder so ne Kommandostation, die... Ah, jetzt hätte ich gern so'n, 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 äh... ...quizes Anzug. Alter, was bist du denn, 5'4? Ja, ich habe Zugriff auf die Polizeiladenbank von Seattle. Wie es aussieht, hat das Handy seine Augen und Ohren überall. Na, dann lass uns denen die Augen ausstechen und die Ohren abschneiden. Okay, ich seh' dich auf dem GPS. Du bist nicht weit von einer ihrer mobilen Kommandozentralen. Wenn du die lahmlegen kannst, können sie dich nicht mehr so gut verfolgen. Mobile Kommandozentrale, verstanden. Wie sieht so ein Ding denn ganz genau aus? Wie eine große, gepanzerte mobile Einheit mit seitlichen Anschlüssen und viel Funkausrüstung auf dem Dach. Okay. Na, ich glaube, ich seh' ihn. Riesenwohnmobil mit Scheinwerfern und Metallzeug auf dem Dach. Okay, gut. Was ist denn? Da sollten Lüftungspaneele an den Seiten sein. Schalte genug von denen aus und der Camp wird überhitzen und freiwillig. Okay. Paneele wegflüßen, klar. Okay. So, dann weiter geht's. Na, komm schon. Hallo, hier bin ich. 3, 2, 1, Feuer. Stehst du aber auch nur so dumm in der Gegend rum, oder? Alter. Das ist ein Viecher. Wer war das? Okay, was über euch da getroffen hat? Keine Sache. Ich hab mein Mann verloren. Ey, ihr habt 3 verloren. Das reizt mir. Achtung, ich komme. Könnten wir vielleicht auf der Erde höher bleiben? Schalte, 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 schalte. So, wer macht hier noch Stress? Da ist noch einer. So, wo bist du? So, jetzt ist noch einer. Äh, hallo? Alter, hast du mich grad gehauen? Okay. So, was ist der nächste, das? Ah, da ist doch schon wieder einer, der Steine wirft, sag mal. Ich geh mal in Deckung. Denk dran, finde die mobile Kommando zentraler Zerstörer. Ja, ich hab sie schon. Dann haben wir es leichter. Ich hab sie doch schon. Ich kann doch nix zerstören, wenn ihr drum und noch lauter so Arschlöcher unterwegs sind. Okay. Scheiße, das war's. Aber da kommen schon wieder, ich hab schon im Hintergrund Sirenen, da kommen schon wieder neue. Siehst du den Hauptenergiekern? Müsste oben drauf sein. Ja. Jetzt stören sie den Kern, auch der mobilen, die OB-Kommandozentrale. Aber erstmal hol ich mir die Typen da. Gehältet euch auch kein Gerichtsverfahren. So, du bist natürlich weg. Wo kam die denn her? Ja, euch lass ich gleich frei. Kam die aus dem Ding, oder was? Achso, anheben und... Wurde ich mir zweimal kurz... Deco! Oh, scheiße. Ah. Du bist wohl die Verstärkung. Was ist das denn? Alter! Jetzt übertreiben sie es auch ein bisschen. Die kleineren Typen sind mir lieber. Die legen sich echt mächtig ins Zeug. Die kleineren sind mir definitiv lieber. Äh. Siegen sie, ich muss erstmal... Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Alter, wo kam der denn her? Achso, Entschuldigung. Ich hab grad völlig... Alter... Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich weiß, ihr seid sauer. Ihr seid sauer, mit Recht. Ich hab grad eure Kommandostation zerstört. Ich muss ja immer so ein bisschen die Minimed im Auge behalten. Da ist er. Alter, ich komm ja gar nicht dazu, was zu machen gegen den. Okay. Die legen sich echt mächtig ins Zeug. Die kleineren sind mir definitiv lieber. Ich glaub, ich muss erstmal die kleinen... Immer erstmal die... Weg hier. Weg hier. Weg hier. Okay. Okay. Das machen wir noch. Die legen sich echt mächtig ins Zeug. Die kleineren sind mir definitiv lieber. Alter, was macht der denn die ganze Zeit? Geoterror ist identifiziert. Hm. Die legen sich echt mächtig ins Zeug. Die kleineren sind mir definitiv lieber. Ja gut, dann zerstören wir erstmal die kleinen. Ah, der... Der ballert dreimal auf mich und ich bin tot. Was ist denn das für eine Scheiße? Gut. Die legen sich echt mächtig ins Zeug. Die kleineren sind mir der... Dass erstmal die Zeit abgelaufen ist. Oh Gott. Was für ein... Was für eine Folge. Wir haben... Ja, die erste... Den ersten... Ja, 73 Prozent. Den ersten... Die mobile Kommandocentrale zerstört. Sehen jetzt auch auf dem... Der Karte alle anderen Ziele. Und werden die auch gleich in der nächsten Folge wieder angehen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt... Let's Play in Famous Second Son. Vielen Dank. Ich bin euer Sascha. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.